Da brauchen wir jetzt noch ein Hägerchen. Und zwar... Drei Achsen, Tiefanhänger. Holzeanhänger, bist du der... Du bist der Kurze. Super Heavy Holzeanhänger Heck. Du bist das Ding, was ich brauche. Und was ich machen sollte, ist vielleicht die richtige Mission auswählen. Ach guck an, wir müssen dann auch mittelgroße Stämme hinschicken. Ja, das machen wir dann wahrscheinlich, wenn wir die langen durch haben. Ach, der gute Frühlingsnägel. So, hier kommt er auch ganz gut durch. Gut, noch haben wir ja keine 35.000 Fahrten durchgefahren. Ach guck an, hier steht noch ein Holzladeanhänger für hinten. Ein einfacher für mittelgroße, das ist auch sehr fein. Dieser Nebel ist zwar ganz hübsch, dieser Frühmorgensnägel. Aber er behindert die Sicht dann schon ein bisschen was. Ich könnte Eirat dazu schalten, den verbrauche ich zwar split wie blöde, komme aber durch. Und Miroshi, sei gegrüßt. Ich wünsche dir einen wieder schönen Sonntag. Ich hoffe, es geht dir gut und Halleluja. Auch wenn ich glaube, die Maschine hier hat weniger das Problem, durch die Pfütze hier durchzukommen. Und eventuell muss ich mir für die zweite Fahrt überlegen, ob ich vielleicht Schlammreifen anstelle von Schneeketten mitnehmen. Oder ich könnte es natürlich geschickt machen, ich könnte ein paar zweiten LKW da hinstellen, der Schneeketten hat und einen mit Schlammreifen hier vorbeifahren lassen. Und dann halt im dritten da stehen lassen, der das Holz dann auf den jeweiligen LKW schichtet hat. Ich glaube, ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag, aber ich habe einen schönen Tag. Im Motor brauchen wir offensichtlich auch nicht so viel. Hier steckt doch wieder irgendwo so ein blöder Stein. Na, komm. Sorry, Baum. Einmal quer durch die Baustelle, weil es einfach einfacher ist. Na, guck an. Ich habe hier noch einen Hilfskuloss rumstehen. Den werden wir vielleicht brauchen. Wegen dieser wunderbaren Stelle hier. Jetzt müssen wir jetzt nicht zu sehr über diesen Baum fahren, weil den brauche ich später nochmal. Okay, ich habe ihn gelöst. Jetzt ist er weg. Aber jetzt komme ich hier auch durch. Und dann fahren wir hier mal im Kreis. Hier sind wohl uns ein paar andere Stämme. Kriege ich die hier her? Ich glaube ja. Hier kriege ich Holzplanken her. Die brauche ich ja nicht. Ach, guck an. Da liegen sogar noch ein paar mittelgroße Stämme rum. Hier kriege ich offensichtlich nur die mittelgroßen her. Ich dachte, weil da oben gibt es lange und mittelgroße Stämme, gibt es hier auch lange Stämme. Äh, okay, okay. Gut, da muss ich den LKW wieder zurückfahren. Weil den Hänger kriege ich ja nicht zurückgesetzt. Den Hänger fliege ich nicht zurückgesetzt, wollte ich sagen. Achte drauf, wo ihr was abholt, ob es das auch wirklich da gibt. Rote. Hust. Ah, ich bin dumm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Gut, dann kann ich auch theoretisch einen anderen LKW dafür verwenden. Der auch einen Holzlaufbau hat, kann dann hier mit einem Anhänger durchkommeln und den dann zwei von den Sachen gleichzeitig fahren. Und dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war ein Reifen, weil Ziegelsteine. Noch ein Grund, das Fahrzeug zurückzubringen, zur Reparatur. Aber rein theoretisch werden wir hier sehr gut durchbekommen, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist zwar nicht asphaltiert, aber es ist eine der besten Streckenteile hier. An solchen Stellen sollte ich mir, wenn ich jedes Mal vornehme, langsam fahren. Langsam reinrutschen, dann tust du mit LKW so. Was ich jedes Mal tue, genau nicht das. Aber ich finde schon phänomenal, wie die Gegend hier aussieht. Alleine, dass das Wasser dann hier gefühlt die Geschwindigkeit wechselt. Ich glaube, das tut es dann auch. Weil es auch ein leichtes Gefälle ist, das sieht super aus. Das sah schon, als wir es damals vor gefühlten Jahrhunderten gespielt haben, super aus. Das tut es immer doch. Also SnowRunner ist immer doch ein exzellentes Spiel. Also nicht nur vom Spielen her, sondern auch von der Grafik her. Und ja, umgekehrt. Nicht nur von der Grafik her, sondern auch vom Spiel her. So hoch. Ich fahre hier mal außerhalb des Weges. Alles alleine, um den Schlamm hier nicht zu vertiefen. Zumindest jetzt, bis die ganzen Steine kommen. Hier kann ich auch. Offroad fahren, das ist viel angenehmer als durch den Schlamm hier. und das ist viel angenehmer als durch die Gerichte. Und das ist viel angenehmer als durchgekehrt. Und dann, wie immer wir sie berachteln, Und das hier ist jetzt der beste Teil des Weges, weil der ist als fundiert. Dieser Ausflug hat mich gerade über 50% des Spritz gekostet. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wir in die andere Richtung ähnlich viel brauchen werden. Zumindest bis zur Tankstelle jeweils. Schauen wir mal, dass wir hier... Ich hätte gerne den Hänger irgendwie vernünftig weggeparkt. Aber ich bin kein LKW-Fahrer, der weiß, was er tut. Deswegen muss ich den hier stehen lassen. Gut, ähm... Ich will jetzt ungern die lange Strecke fahren. Ich hätte jetzt gerne die kurzen Sachen, äh, kurzen Dings gefahren. Dementsprechend stelle ich den LKW einfach mal hier ab. Also die kurzen Stämme da hoch. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da für Möglichkeiten habe. Aber ich glaube, der Antarktik konnte keine Dings, glaube ich, machen. Ja, ich will hier zurück, bitte. Ich will einfach da hin, genau. Dann haben wir die hier. Du konntest, aber du bist da hinten sehr, sehr schwer durchgekommen. Den Tatra, der kann, glaube ich, keine Holzsachen. Also ich hole mal ganz kurz alles raus, von dem ich hoffe, dass Dinger, dass das was kann. Oder ich weiß, dass es was kann. Ähm... Ja, White Western. Dann haben wir dich noch. Mit dir bin ich halt sehr selten gefahren. Die Frage ist, kannst du Anhänger hinten dran hängen? Ach, das bleibt kurzer. Das ist jetzt die Erweiterung für mittelgroße Stämme. Ich meine, du bist, glaube ich, so ein Knickding. Das ist ungewohnt für mich. Ich lasse das Getriebe mal drin. Du hast nur Schlammreifen. Die Sperre ist schon drin. Okay. Ich lasse das, Du bist, eigentlich für mich. Du hast Gloc Stämme, du bist.